Horoskop für heute, Waage, 2. Dezember 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Versuchen Sie in der ersten Tageshälfte dem Gefühl zu widerstehen, dass Sie etwas überstürzen müssen. Sie könnten gerade unter Stress arbeiten und sich unter Druck fühlen, schnell etwas zu leisten oder Probleme zu lösen. Ungeduld kann in Ihrem Leben einige Wellen schlagen und obwohl Sie sich ruhelos fühlen können, ist es am besten, zufällige Veränderungen zu vermeiden. Zu viel Druck, insbesondere bei einem Freund, kann zu unnötiger Frustration führen. Während Gespräche an der Oberfläche locker erscheinen, können unterschwellig Spannungen entstehen. Die Ursache der Spannung können Sorgen um die Zukunft oder wachsende Ambitionen oder Konkurrenz sein. Es kann kleinere, aber deutliche Interessenkonflikte mit jemandem geben. Im Laufe des Tages wird es Ihnen wahrscheinlich viel leichter fallen, Ihr Tempo zu halten. Wenn Sie die Dinge aus einer ausgewogenen Perspektive betrachten, stärkt das natürlich Ihr Selbstvertrauen. In der Astrologie werden unsere Planeten und Himmelskörper oft als die mächtigsten und wichtigsten Faktoren am Himmel angesehen. Asteroiden sind jedoch eine modernere Ergänzung unserer Kosmologie und zeigen Nuancen, die die Tiefen der Menschheit beleuchten. Palas, ein Asteroid, der mit Weisheit, Strategie, Diplomatie und Mut in Verbindung gebracht wird, zeigt uns, wie wir ein Gleichgewicht zwischen dem männlichen und dem weiblichen herstellen können. Heute beschließt sie, dass es an der Zeit ist, die eisigen Hänge des Steinbuchs zu erklimmen, was Ihnen dabei helfen wird, über Ihren langfristigen Erfolg nachzudenken und darüber, wie Ihre Beziehungen ebenfalls ein Faktor dabei sein müssen. Nehmen Sie dies in der kommenden Zeit an. Achten Sie auf Ihre Gefühle. Sie haben vielleicht das Gefühl, dass es Zeit ist, weiterzugehen, da der Mond im Schützen ein Treigen zum Nordknoten im Widder und ein Sextil zum Südknoten in Ihrem Zeichen bildet. Eine Verpflichtung oder Partnerschaft aufzugeben, ist für ein beziehungsorientiertes Zeichen wie Sie nie einfach. Sie wissen jedoch vielleicht, dass es Zeit ist, sich zu verabschieden, wenn Sie in Ihren aktuellen Arrangements nicht geschätzt werden. Obwohl es eine Herausforderung sein kann, werden Sie vielleicht feststellen, dass es befriedigender ist, weiterzugehen, um etwas Besseres zu finden. Auf der anderen Seite wird das Gras grüner sein. Die Zufriedenheit, die Sie verspüren, wenn Sie Ihre eigenen Absichten in die Tat umsetzen, ist ein Gefühl, das Ihnen niemand sonst geben kann. Wenn Sie den Mut haben, sich selbst zur Priorität zu machen, können Sie diese wertvolle Lektion lernen. Haben Sie klare Entscheidungen bezüglich Ihres Trainingsprogramms getroffen? Oder waren Sie mit dem, was Sie versucht haben, unzufrieden? Solange Sie diesen wichtigen Lebensweg aktiv verfolgen, wird es Ihnen leichter fallen, sich in anderen. Situationen selbst an die erste Stelle zu setzen, in der Liebe und bei der Arbeit, um nur zwei zu nennen. Werden Sie heute kreativ. Nehmen Sie einige dieser Erkenntnisse und gießen Sie sie in etwas ein, das man sehen und mit anderen teilen kann. Die Essenz der Schwingungen dieses Tages wird Ihnen sicherlich das Interesse und den Ehrgeiz geben, etwas auf dieser Ebene zu tun. Auch wenn Sie nicht so der Typ für Malerei oder traditionelle Künste sind, sollten Sie darüber nachdenken, die Möbel umzustellen oder etwas Landschaftsgestaltung zu machen. Zeichnen Sie Pläne für Dinge, die Sie bauen möchten. Lassen Sie Ihrer Fantasie heute freien Lauf und genießen Sie die Freude, etwas Kreatives zu tun. Der Mond beendet seinen ersten Besuch in Ihrem Einkommenssektor, seit die Sonne ihn mit einem freundlichen Aspekt zu Neptun verlassen hat, der sich in Ihrem Arbeitssektor immer noch in rückläufiger Bewegung befindet. Nach einem freundlichen Aspekt zu Saturn gestern, zum ersten Mal, seit er in Ihrem Arbeitssektor direktläufig wurde und mit Neptun, der nächste Woche hier direktläufig wird, ist dies eine Gelegenheit, zunächst das Beste aus einer Gelegenheit zum Rückblick zu machen. Während sich die Dinge an der Arbeitsfront noch entwickeln, war die Ausrichtung des Mondes mit dem Asteroiden Juno, der Königin der Verpflichtung, ein Fenster zu ihrer Entschlossenheit, alles, was bereits an der Einkommensfront investiert wurde, auf Kurs zu halten. Zur gleichen Zeit, während Merkur, der Planet der Kommunikation, seine ersten Tage in rückläufiger Bewegung in Ihrem Kommunikationssektor einlegt, bewegt sich Chiron, der Planet der Heilung, in seinem letzten Monat in rückläufiger Bewegung in Ihrem Beziehungssektor. Merkur und Chiron sind bereits einmal zusammengekommen und werden in wenigen Tagen wieder zusammenkommen, um Worten die Kraft zu geben, zu heilen, aber dieses Mal konzentrieren sich beide darauf, der Vergangenheit und unausgesprochenen Worten eine Stimme zu geben. Täglicher Planetenüberblick Die heutige Himmelskonstellation bietet Ihnen die Möglichkeit, wie nie zuvor Ihre innere Weisheit zu erschließen. Der Mond im abenteuerlustigen Schützen bildet ein harmonisches Sextil mit dem transformativen Pluto im visionären Wassermann. Ihre Intuition wird geschärft, fast bis zu dem Punkt, an dem es sich anfühlt, als würde das Universum Sie direkt anschreien. Es ist, als ob jedes Zeichen, Signal und jede Synchronicität, auf die Sie stoßen, ein fehlendes Teil zu einem Puzzle bietet, das Sie zu lösen versuchen. Ob Sie ein wiederkehrendes Muster bemerken, ein Lied hören, das zu Ihrer aktuellen Situation passt, oder genau im richtigen Moment über einen Rad stolpern, ignorieren Sie diese subtilen Hinweise des Universums nicht. Stellen Sie sich das so vor, stellen Sie sich vor, Sie setzen ein Puzzle zusammen und plötzlich erscheint aus dem Nichts das gesuchte Teil. Diese Art von Klarheit könnten Sie finden, wenn Sie heute für die Signale um Sie herum offen bleiben. Ihre Fähigkeit, alte Denkweisen umzugestalten und Menschen zusammenzubringen, kommt heute besonders gut zur Geltung. Ob Sie bei der Arbeit innovative Ideen entwickeln, persönliche Herausforderungen meistern oder bei der Schlichtung eines Konflikts helfen, Ihre Perspektive wirkt frisch und lösungsorientiert. Einer der besten Aspekte der heutigen Energie ist die Art und Weise, wie Sie Ihren sozialen Charme und Ihre Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen, verstärkt. Menschen fühlen sich von ihrer fröhlichen, optimistischen Einstellung und der aufrichtigen Art und Weise angezogen, wie Sie Interesse an Ihrem Leben zeigen. Andere Lächeln zu sehen, kann Ihnen ein tiefes Gefühl der Erfüllung vermitteln und Ihre Wärme hat die Kraft, jemandem den Tag zu erhellen. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um Ihre Beziehungen zu pflegen. Nehmen Sie Kontakt zu Freunden auf, nehmen Sie alte Bekannte wieder auf oder verbringen Sie einfach Zeit mit den Menschen, die Ihnen am wichtigsten sind. Jede Interaktion kann Freude auslösen und tiefere Verbindungen fördern. Behalten Sie jedoch das Tempo im Auge. Bei lebhaften Gesprächen und ständiger Kommunikation kann es leicht passieren, dass Sie sich überfordert fühlen. Wenn Sie mit E-Mails, Textnachrichten oder Anrufen bombardiert werden, denken Sie daran, einen Schritt zurückzutreten und sich Momente der Ruhe zu gönnen. Hier ein Tipp, schalten Sie Ihr Telefon für eine Weile aus, genießen Sie eine ruhige Mahlzeit oder machen Sie einen Spaziergang in der Natur. Das hilft Ihnen nicht nur, neue Kraft zu tanken, sondern gibt Ihnen auch die nötige Klarheit, um sich Ihren Mitmenschen weiterhin von Ihrer besten Seite zu zeigen. Das Leben kann Sie mit einigen schwierigen Situationen konfrontieren, aber die Energie des heutigen Tages verleiht Ihnen das Selbstvertrauen und die Gelassenheit, diese Situationen mit Anmut zu meistern. Ihre Fähigkeit, Sensibilität und Entschlossenheit in Einklang zu bringen, ist jetzt besonders wertvoll, insbesondere bei der Behandlung kniffliger Probleme, die eine durchdachte Herangehensweise erfordern. Ob es darum geht, eine persönliche Angelegenheit zu klären oder eine berufliche Herausforderung anzugehen, Ihre kluge und geschäftstüchtige Denkweise kommt zum Vorschein. Vielleicht schlüpfen Sie ganz natürlich in eine Führungsrolle oder erhalten Anerkennung für Ihre Fähigkeit, Klarheit und Richtung in komplexe Situationen zu bringen. Aber ein Wort der Warnung, während Sie Selbstsicherheit ausstrahlen und Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Ziele machen, sollten Sie heute bei finanziellen Angelegenheiten besonders vorsichtig sein. Die Sterne deuten darauf hin, dass Investitionen oder große Anschaffungen derzeit möglicherweise nicht die Ergebnisse bringen, die Sie sich erhoffen. Wenn Sie einen großen finanziellen Schritt planen, sollten Sie vielleicht noch etwas warten. Die Umstände können sich in naher Zukunft ändern und Ihnen klarere Einblicke und bessere Möglichkeiten bieten. Erinnern Sie sich im Laufe des Tages daran, offen für das Unerwartete zu bleiben und gleichzeitig ein Gefühl der Ausgeglichenheit zu bewahren. Die Energie heute ist dynamisch, es ist eine Mischung aus Durchbrüchen, emotionaler Klarheit und lebhaften Interaktionen. Welche Signale oder Muster fallen mir heute auf und was möchten Sie mir möglicherweise sagen? Wie kann ich meine Kreativität und Intuition nutzen, um ein bestehendes Problem zu lösen? Habe ich mir Zeit genommen, meine eigenen Bedürfnisse zu pflegen, während ich Kontakte zu anderen knüpfte? Wir würden gerne Ihre Meinung hören. Haben Sie kürzlich einen Moment plötzlicher Klarheit erlebt oder ein Zeichen vom Universum erhalten? Oder befinden Sie sich gerade in einer Situation, in der Ihre Intuition besonders stark ist? Teilen Sie Ihre Geschichte in den Kommentaren. Es ist immer inspirierend zu hören, wie andere Ihre Reise angehen. Denken Sie daran, das Universum leitet Sie immer, manchmal auf die unerwartetste Weise. Vertrauen Sie sich selbst, bleiben Sie offen und lassen Sie sich von diesem Tag der Einsicht und Verbindung zu größerem Verständnis und Erfüllung führen.